Wow, yippie, oh, yeah! Wir als Schweizerinnen und Schweizer können mal wieder absolut stolz sein auf unser Land, weil wir jetzt auf den dritten Platz geschafft von den klimaunfreundlichsten Ländern in ganz Europa. Wir als Land haben 0,1% der Gesamtbevölkerung der Welt, sind aber für 1% aller weltweiten Emissionen verantwortlich. Der Jürg Stullenmann, ein Klimaexpert, hat das im SRF folgendermassen betont. Vermutlich ist es uns noch nicht bewusst genug, wie gross unser Einfluss auf die Welt ist. Laut dem Bundesamt für Statistik hat die Schweiz einen Fussabdruck pro Kopf, der uns auf die 14. Stelle weltweit bringt. Zwar hinter den arabischen Ländern und den USA, in Europa aber sind wir auf Platz 3 hinter Luxemburg und Belgien. Wir haben den drittgrössten Fussabdruck in Europa. Wir werden von den Argumenten von verschiedensten Politikern und Entscheidungsträgern geblendet. Die kleine Schweiz hätte keinen Einfluss. Dabei haben wir gerade mit dem Finanzplatz Schweiz zum Beispiel extrem viel Einfluss auf die Klimareduktion. Falls du noch mehr über den Schweizer Finanzplatz wissen willst, wir haben ein Video dazu. Und jetzt ist es Zeit, um unsere Brassenmedaille so richtig zu teuren. Und hoffentlich, wenn wir ganz, ganz, ganz viel Gas geben. Pun intended. Vielleicht in einem Jahr sind wir schon auf dem ersten Platz der klima- und friedlichsten Länder der ganzen Europa. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Machs gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.